Hallo zusammen, ich bin Timon, ich bin Polymechaniker im dritten Lehrjahr bei M&G Solutions und zeige euch jetzt etwas über meine Abteilung High Speed Montage. Später werde ich euch schon noch etwas zeigen über ihre Abteilung, den Rotorbau. Das Spezielle an der M&G in Zürich ist, dass wir neben der Swiss Mill das einzig produzierende Werk sind in Zürich. Speziell an der Lehre bei der M&G in Zürich ist, dass ich nicht nur wie übliche Polymechaniker Kleinteile arbeiten kann, sondern auch grosse Teile anpacken. Hallo zusammen, ich bin Jonia Fernando, bin jetzt in der vierten Lehrjahr als Polymechanikerin und ich zeige euch jetzt gerade in Abteilung Rotorbau. Ich habe mich für den Beruf entschieden wegen meinem Onkel und es war immer so, dass ich seit klein Jahren mich für den technischen Beruf interessiert und warum wollte ich unbedingt Polymechanikerin werden. Pein戲 bei M&G bei